Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit The Circle von James Ponselt. The Circle, dieser Roman von Dave Eggers, war ein Bestseller. Er wurde verglichen mit 1984 von Orwell für das digitale Zeitalter. Der Roman, muss man aber sagen, ist am Reißbrett entworfen. Die Dialoge sind im Grunde holprige, auf verschiedene Figuren verteilte Leitartikel zum Thema Digitalisierung. Es ist ein Thesenroman. Plakativ, ohne Ambivalenz, mit dem Holzhammer in die Tastatur gehauen und unglaublich zäh. 550 Seiten ohne literarische Eleganz. Natürlich schreit das Buch nach einer Verfilmung. Und häufig ist es ja so, dass aus einem schwachen Buch ein guter Film wird. Nun, so ist es ein bisschen, wenn man auf den ersten Blick bei The Circle bei der Verfilmung. Der Roman ist natürlich sehr umständlich, weil er wahnsinnig viel erklären muss. Der Film kann doch einfach mal etwas zeigen. Der Konzern, um den es geht, der auch The Circle heißt, das ist eine Mischung aus Facebook, Apple und Google in einem. Die Verfilmung ist also etwas geschmeidiger und dennoch ist The Circle auch nur ein reiner Thesen-Film. Die junge, naive May Holland bekommt einen Job bei dem digitalen Konzern The Circle. Sie ist glücklich. Sie will Karriere machen und dieses Unternehmen ist ideal dafür. Sie ist fasziniert von der multikulturellen, hippen Arbeitsumgebung und glaubt, die Welt verbessern zu können. Das ist ja schon die erste Ideologie. Unternehmen wollen ja heute nicht einfach gute Produkte herstellen oder Geld machen, sondern angeblich die Welt verbessern. Wie ein Schwamm saugt May alles auf und ist fest davon überzeugt, dass es keine Geheimnisse in dieser Welt geben darf. Wer Geheimnisse braucht, der lügt, der hat irgendetwas zu verbergen. Bald wird sie sich selbst ständig mit einer Minikamera filmen, immer und überall vernetzt mit der ganzen Welt. Als gutes Beispiel will sie vorangehen. Gezeigt wird hier eine totale Überwachung. Und tatsächlich hat das etwas von einem bunten Faschismus. Und es ist vielleicht eher eine Mischung aus Orwell und Huxley in einem. The Circle schildert eine Dystopie, die aber doch schon in gewisser Hinsicht sehr real geworden ist. Viele Aspekte, die im Film gezeigt werden, sind dann auch frappierend. Ich will einen herausgreifen. Es gibt da eine Diskussion in dem Unternehmen über die US-Wahlen. Und man sagt, wäre es nicht vielleicht eine gute Idee, wenn sich die Wähler nicht mehr mühsam anmelden müssen zur Wahl, nicht mehr akkreditieren müssen, sondern wenn man einfach sagt, alle Wähler sind gleichzeitig Circle-User, also nutzen diese Plattform. Und wer bei Circle ist, der darf auch wählen. Und zugleich soll aber dann auch, denn Demokratie, das bläut uns ja jeder ein, ist ein hohes Gut. Unternehmen haben das auch erkannt. Zugleich soll man verpflichtet werden, wählen zu gehen. Also wer nicht wählen geht, der scheidet aus. Der wird links liegen gelassen. In dieser Szene wagt sich der Film am weitesten vor. Denn wann wird schon mal die demokratische Ideologie in einem Hollywood-Film kritisiert? Aber das Ganze wird dann nicht weiter leider verfolgt. Das ist einfach so eine These, die wird in den Raum gestellt. Aber da wäre spannend, was dann daraus wird, wenn man einmal dieser Ideologie folgt. Der Film ist zwar kurzweiliger, weil kürzer. Doch gut ist der Film keineswegs. Schlimmer noch, während am Ende des Romans die Hoffnung auf die Zerschlagung des allmächtigen Konzerns steht, zieht der Film lediglich die Chefs des Konzerns zur Verantwortung. Den Schluss bildet May Hollins Plädoyer für eine totale Transparenzgesellschaft, weil so auch die Machenschaften der Circle-Chefs ans Tageslicht kommen. Ihr E-Mail-Verkehr soll veröffentlicht werden. Dann kann jeder nachlesen, was sie eigentlich vorhaben. Die Botschaft lautet also, wenn wir von allen alles wissen, dann kann es ja keine Korruption, keine Verschwörung, eigentlich nichts Problematisches mehr geben. Dann ist alles gut. Man fragt sich schon, ob Dave Eggers verrückt geworden ist, dass er dieser Verfilmung zugestimmt hat. Dass das Geheimnis einen unschätzbaren Wert hat, will der Film nicht erkennen. Er verlässt die Systemkritik, die im Roman durchaus gegeben ist, und sucht sich zwei Verantwortliche, stellt sie bloß und will so allen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das ist ein typisches Hollywood-Ende, das an Dummheit schwer zu überbieten ist. Kritik auf personeller Ebene an Konzernen ist ja das Einfachste, das Einfachste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Moral lautet dann immer, ja, es gibt da ein paar schwarze Schafe, aber wenn die erstmal weg sind, dann ist doch alles in Ordnung. Nach dieser Logik funktioniert jeder Fernsehkrimi. Jeden Sonntag fängt man beim Tatort ein paar böse Leute ein, damit das System so bleiben kann, wie es ist, und alle am Montag nach der überwundenen Sonntagsdepression wieder brav zur Arbeit gehen. Wir dürfen nicht vergessen, Personen sind ersetzbar, sind austauschbar. Viel wichtiger ist immer eine strukturelle Kritik am System. Natürlich kann man sich über das despotische Gehabe im Gutmenschen-Deckmäntelchen eines Facebook- oder Google-Chefs empören. Doch das ist ja nur der erste Schritt. Vielmehr sollte klar werden, dass etwas gründlich schiefläuft, wenn überhaupt ein Einzelner so viel Macht erlangen kann. Mark Zuckerberg ist dafür das beste Beispiel. Er wird ja sehr häufig kritisiert. Interessanterweise kursieren seit einiger Zeit Gerüchte, er könnte vielleicht sich aufstellen als Präsidentschaftskandidat bei der nächsten US-Wahl. Besser als Trump, würden ja naive sagen. Und ja, rassistische oder frauenfeindliche Bemerkungen sind von Zuckerberg nicht zu erwarten. Aber das ist ja alles nur Kosmetik. Viel gefährlicher ist tatsächlich, wofür das System steht, das System Facebook. Gefährlich ist nicht Zuckerberg als Person. Zuckerberg als Repräsentant eines Unternehmens. Darum muss es gehen, dessen Geschäft das Sammeln von Informationen über Menschen ist. Der Informationskapitalismus würde durch Zuckerbergs Wahl quasi zur Staatsdoktrin werden. Dies aber ist eine Entwicklung, die systemisch zu begreifen ist. Wenn Zuckerberg es nicht macht, vielleicht macht es dann ein anderer. Zum Beispiel der PayPal-Investor Peter Thiel, der bereits jetzt eng mit Donald Trump verbandelt ist. Es hat wenig Sinn, sich nur auf einzelne Akteure zu konzentrieren. Vielmehr muss die ganze Tragweite der Transparenzgesellschaft, der Überwachung, der Vermessung des Menschen in den Blick genommen werden. Kommen wir noch einmal auf das Ende des Films zurück. Was wäre denn, wenn der E-Mail-Verkehr der Bosse total harmlos wäre? Wenn sie wirklich nach bestem Wissen und Gewissen handeln würden? Nehmen wir an, sie glauben wirklich an die absolute Transparenz. Sie glauben wirklich daran, dass Videoüberwachung Menschen vor Gefahren schützen wird. Die Ideologie, die das Silicon Valley zugegebenermaßen momentan in Reinform repräsentiert, selbst ist das Problem. Man will den Menschen kontrollieren, ihn gefügig machen bzw. abschaffen. Das ist ja die beste Kontrolle über ein Problemherd. Weil Film und Buch aber so plakativ sind, könnten sie den gegenteiligen Effekt ihrer Intention haben. Was, wenn der Zuschauer nur dadurch an das gewöhnt wird, was da ohnehin bald kommen wird? Da steckt ein gewisser Fatalismus in der ganzen Sache bei der Betrachtung eines solchen Films. Den einen oder anderen Schönheitsfehler wird man so erkennen und vielleicht in Zukunft ausbügeln. Aber alles in allem könnte man annehmen, kommt es doch so. Es ist der Fatalismus, der einem auch täglich begegnet. Ach, die überwachen mich doch sowieso, was soll man da schon tun, sagt der Smartphone- oder Kreditkartennutzer. Ist doch eh egal, Hauptsache ich bekomme Rabattpunkte, sagt der Schnäppchenjäger. Aber diese Dinge sind wirklich praktisch, sagen jene, die sich künstliche Intelligenz in verschiedenster Form ins smarte Haus holen. Das Circle legt den Fokus auf die Weltanschauung des Konzerns und vergisst dabei, dass die Nutzer ja keine Weltanschauung haben. Sie machen mit, weil es neu, cool und bequem ist. Der Film entlastet die Bürger schrägstrich Konsumenten, man kann es ja gar nicht mehr so genau unterscheiden. Sie können sich nun sanft zurücklehnen, über die Bosse ein bisschen aufregen, aber diesen dann zugleich selbst die Bälle ständig zuspielen, weil sie auf nichts verzichten wollen. Der einzige Gegenentwurf im Film wird von Mays Jugendliebe verkörpert. Er lebt ohne die digitalen Geräte. Er hat eine Hütte im Wald und geht zur Jagd. Das uramerikanische Gegenkonzept zur Zivilisation sehen wir hier also. Von Thoreau bis zum Hunabomber Ted Kaczynski. Aber auch dies ist ja nur die andere Seite derselben individualistischen Medaille. Der Whole Earth Katalog, der das Silicon Valley sehr stark prägte, hatte in den 60er, 70er Jahren eigentlich beide Varianten immer da. Da gab es auf der einen Seite transhumanistische Fantasien, wie der Mensch optimiert werden kann und auf der anderen Seite war eine Bauanleitung, wie man sich eine Hütte im Wald zimmern kann. Das bedeutet bei dem Film, da schauen wir wieder einmal nur, aber wir sehen nicht. Das bedeutet bei dem Film, da schauen wir mal nur, aber wir sehen nicht.